Das ist Happy-Go-Lucky! Ey komm, du Arsch-Dölendiger! Schnell in die Küche! Raus aus meiner Küche! Wollte da raus den Tecksack! Ich will 10 Kamp-Burger bestellen! Raus aus mir in die Küche! Ja, ich brenne! Ich hab keine Munition mehr und brenne weiter! Ja, Mann! Ola! Aus hier! Bist du unter Wasser, wie kannst du überhaupt brennen? Ich hab keine Ahnung, aber ich kann's. Das ist weg, weißt du? Wie geht's denn hier hin überhaupt? Endlich, endlich! Ja, lass mich in Ruhe! Lalalalalala! Verdammt! Auszwänker! Geht nicht Frosch, so schaut's aus! Ich hab... Du hast mich getötet, du gespawnt bist fast... WTF? Oh, ich weiß, wo du grabst dein Bargeld versteckt! Du weißt gar nix! Ich hab den grad verfolgt! Es ist mir sowas wohl egal! Nein! Dem Messer! Ich hab die Kamp-Forker-Formel gehört mir! Gehört sie nicht? Oh doch! So, alles meins! Nein, hol ihn da raus! Wie kommt's? Wie kommt's? Wie kommt's? Wie kommt's? Ah, gemessert! Nein! Wo kommst du denn her wieder? Ah! Brenne! Au! Ich hab mich selbst in die Luft gebt! Brenne, du Stück! Au! Ach komm schon! Nein! Nein! Warum ruiniert hier mein Restaurant? Noch mehr Apfel-Eimer! Du-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti- Was? Ab dahinten ist er? Nein! Los, komm mal! Los, nachladen! Jetzt komme ich mal nichts her! Ich finde das gerade so lustig, wie wir zu dieser Musik hintereinander herrennen um den Abfalleimer rum. Stub! Ich krieg dich! Wieso? Der kann andere Wichse schon wieder! So schaut's aus! Und so schaut's aus! Nein, das kann doch gar nicht sein! Er schießt dich! Und so schaut's aus! Alter, die Waffe ist so nützlos! Jaha! Ich bin weg, tschüss! Au! Verdammt, doch mal! Wer ist denn schon wieder rein? Das ist wirklich mit! Lalalala! Ich brauche einen Burger, verdammt! Lass mich hier rein! Raus hier! Ich sag dir raus! Hier ist geschlossen! Autsch! Das werde ich dir niemals verzeihen! Raus hier! Du bist auf den Korrenten! Verdammt, stimmt! Nein! Nein! Sprechstange, öffne die... Oh, ich hab's geöffnet! Was? Aua! In den Rücken geschlossen! Meine Küche! Ich hab den Dressort geöffnet! Ah! Oh Gott! Komm hier nicht rein! Ein Fass liegt hier im Weg! Jihaa! Get touched it! Tchuuu! 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 Alter, ich will! Tchuuu! Tchuuu! Erst hinter... hinterm Abfalleimer! Wait, wie geh ich da nicht hin? Wow! Alter! Gcias! Da ist grad eine Diechuht... Ich will aufwarten, verdammt nochmal! Ja... 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 Nein... Ja, alles okay?! Ich will es wachen, ich will es wachen! Röde nicht verzeuun, ich will es вижуin looping! Röde! Ein Vorende und Einsale... Sonne und Einsale могут das powiedz트로 anche... was war das ich bin in euch gesprochen ich Autsch ich bin ein Geist au verdammt ist er nein dieses wunderschöne Abhilfe oh quatsch nein ich hab dich vom server geschossen auch komm schon raus da Timo hast du dieses komische Dingsbums nicht wieder aktiviert natürlich nicht du Drecksaktuelle Nigger was denn? dieses komische Lua Teil das Kick-Error noch ja was ich mach das schnell alter der nächste Spawn von hinten ist so asozial so jetzt Ficke alter fick dich wie was? oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott hier fick dich ich zünde die ganze scheiß große Krabbe an wer hat die ganzen Burger rumgeschmeißen oh Gott guten Tag ich werde ein bisschen umsatt uiuiui das Ding auf was ist das Ding auf oh mein Gott hier fliegt Dildos rein nein ich will deine Kunststoff-Penis-Imitation nicht doch du hast sie bekommen ich muss eben die Dildo da verdammt schnell in die Küche Türe zu ich hätte kein Leben mehr NIEMAUS MEINE KÜCHE wo denn? das gibt's doch gar net au zu viel Ideen was so an der Küche so ich will's zu machen ich hab' gesagt zu machen das gibt's nicht das ist der wunderschönste Tag in meinem Leben die große Krabbe an oh Gott NEIN in die Küche schnell ich muss schnell in den Nahkampf ich muss in den Nahkampf ouch 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 oh Gott mach mir den Burger au 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 ich brenne aufm Grill oh Gott nein 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 du kommst mir nicht ein oh Gott der nächste komm schon komm schon ich hab's da rein ich hab's da rein ich bin der beste Burgerbrat in der Welt ihr könnt alle nix komm schon scheiße der knallt nämlich ab hier drin der spawned hier drin oder au komm schon Yippies meine Küche Yippie du kannst doch kein Leben mehr haben das kann nicht wahr sein oh yeah ich hab ouch weggeroll äh revolvert warte auf hinter dir hinter dir weg hier er schießt ihn da er schießt ihn mit voller Wucht boah ich pumke dich voll du schlörst einfach nicht oh fuck oh fuck nein 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 schие auf denoted Who is scaven cochド der spoke du kannst nicht du kannst michраassen ich kann ja sie clean darf nicht du kannst mich doch nicht dampf du Nein, du Idiot! Hinter dir zu beschaffen! Nein! Wie wie? Guten Tag! Hadeerchen! Autsch! Ja! Das ist der einzige Assi, wo wir da nichts haben! Oh ja! Nein! Nein! Wie kann das sein? Du hast weniger Lebenspunkte als ich! Für euch alle hier! In your face! Nein! Habe ich euch wieder tot getrampelt beim Spawn! Wieso Spawn? Ich bin als erstes und abgeknallt! Ich wurde auch wieder rückgeschossen von dem her! Guten Tag! Also wieder! Ich bin doch total am Arsch! Autsch! Das tut weh! Oh Gott! Dieser Soundtrack ist der Wahnsinn! Wahnsinnig! Oh Gott! Der Musik hier töten! Mein Büro! Hier darf keiner rein! Doch! Ich! Hör auf! Soll ich jemals... Soll ich jemals... Soll ich jemals komplett Amok laufen? Möchte ich das als äh... Ideen im Hintergrund haben? Auf dem NP3 Player? Ey! Nein, 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 nein! Ich bin hier auf der Arbeit! Ich bin hier auf der Arbeit! Ich stürme mich nicht! Ich bin hier auf der Arbeit! Ich stürme mich nicht! Ja, ja! Ich habe gesagt! Keiner kommt in die große Grabe rein! Ich wohne hier drin! Wo war denn der schon gestanden? Der Bum... Verdammt! Der Fick sau! Entschuldigung! Jetzt, ich habe gesagt! Keiner kommt hier rein! Warum? Geht die beschissene Gnade ich nicht! Oh Gott! Was? Ich kotzt gleich! Verdammt! Es wird auch draußen! Ich muss hier nicht graben! Verdammt! Du wichst, Kacke! Du kleine Penner! wie? Ah! Verdammt! Doch, ich gehe aus meinem Büro raus! Mein Büro! Niemals! Was? Wenn sie sterben, ist eigentlich hoh! Ja, ich bin tot! Verdammt! Ich will ihn denn anschleichen! Verdammt! Verdammt! Ja! Ich wollte gerade in den Tresor reinspringen. Nix gibt's. Keine bösen Überraschungen. Sie haben Dillus bestellt. Niemals. Es gibt hier keine Dillus. Das kann gar nicht sein. Was ist hier los? Warum sponst du hier drin? Weiß kann. Deswegen. Und hier nie, der kommt hier einfach. Oh Gott, nein. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Au. Ich hab auch, Gott, oh Gott. Ich will da nur die Uzi losbekommen. Kannst du nicht einfach sterben und dass sich die Uzi wegkriegt? So, jetzt komm, warte. Autsch. Lass mich in Ruhe. Ich will nur meine Arbeit machen. Über Kimme und Turon werde ich siegen. Gibi. So, ich muss hier drin aufräumen. Hallo? Oh, man sieht hier nix. Ich habe gesagt. Ich muss hier drauf räumen. Verdammte Wichse. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Geht bei mir nix mehr. Weil ich der ganze Gesicht geschossen hab. Oh. Nein, ich muss aufs Klo. Lass mich in Ruhe. Ich kann hier nicht weg. Verdammt, du hast Glück, dass ich nachladen muss. Stimmt doch endlich. Das gibt's doch gar nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Ich häng an einem Burger fest. Lass doch nach. Gott, der mich weiß. Was? Ausm Tod raus. Autsch. Nur weil der Burger im Weg war. Nur weil der Burger im Weg war. Oh Gott. Ich dachte das war der andere. Stirb. Stirb doch. Geh weh. Ist ja... Oh Gott. Sind diese Hoden. Vorsicht, da kommt jetzt... Da hinter dir. GERH! Ich darf hin. Neben dir. Neben dir, Ralf. Nein. Nun bekomm ich eigentlich immer dieselben beschissenen Waffen, Alter. Ich hab... Ich hab eine andere große Krabbe in mir. Ich mach mal jetzt wieder.